Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen einige Autoren vorstellen, die im hohen Mittelalter, in Mitteleuropa, in Frankreich und im deutschsprachigen Raum Liebeslyrik geschrieben haben. Da ist als erster Autor der Südfranzose Wilhelm von Aquitanien der Neunte zu nennen, der als erster Troubadour namentlich bekannt geworden ist. Gelebt hat er zwischen 1071 und 1126. Also in diesem Jahr würde er seinen 950. Geburtstag feiern und man würde seinen 895. Todestag begehen können. Wilhelm IX. von Aquitanien war Herzog von Aquitanien, der Gascogne und der erste namentlich bekannte Dichter, der in einer romanischen Volkssprache gedichtet hat. Er war der Urgroßvater Eleonores von Aquitanien, die in zweiter Ehe Heinrich II. den englischen König geheiratet hat und er war der Urgroßvater von Richard Löwenherz und Marie de Champagne, die an ihrem Hof viele Troubadoure und Trouverts und Autoren des sogenannten höfischen Epos empfangen hat. Darunter der berühmte Chrétien de Troyes, der als der Erfinder der Geschichten um die Tafelrunde des Königs Arthus gilt. Von Wilhelm von Aquitanien sind elf Lieder überliefert. Darunter sind zum Teil vulgäre Lieder. Die sind sehr deftig, sehr angeberisch. Vor allem die männliche Potenz mit ihr wird angegeben. Es gibt ein Gedicht, wo er beschreibt, in dem er beschreibt, wie er mit zwei Frauen gleichzeitig vögelt. Man kann es gar nicht anders sagen. Das ist ein sehr, sehr deftiges Gedicht. Und dann andererseits auch Gedichte, die im neuen höfischen Liebesideal geschrieben worden sind. Wilhelm von Aquitanien war einer der mächtigsten Fürsten seiner Zeit, mächtiger als der französische König. Ein Mann, der im Kampf bestehen konnte, der am kleinen Kreuzzug von 1101 teilgenommen hat, dabei bis nach Jerusalem gekommen ist, dann in einem zweiten Kreuzzug nach Spanien zwischen 1120 und 1123 diese Lande bereist hat und da in beiden wohl auch in Kontakt kam mit der andalusischen Liebeslyrik, der orientalischen Liebeslyrik ganz allgemein. Er war ein heißblütiger Typ, so wird er beschrieben. Es gibt viele Liebesgeschichten von ihm. Er hat Ehebruch begangen mit einer Nangereuse de Lille-Bouchard. Das war die Ehefrau eines seiner Vasallen. Und ihre Tochter hat er mit seinem eigenen Sohn vermählt, nämlich Wilhelm X., dem Vater der oben erwähnten Eleonore von Aquitanien. Gegen Ende seines Lebens hat er dann Gewissensbisse bekommen und ein großes Schuldbewusstsein entwickelt und sehr reumütig auch Texte geschrieben. Ich werde Ihnen in der nächsten Sitzung ein Gedicht von ihm vorlesen, das heißt Gefährten, ich werde ein Lied machen, das passend sein wird. Das ist ein ganz berühmtes Lied von ihm und in dem geht es um Liebe, Freude und Jugend. Das sind die zentralen Begriffe der Troubadou-Lyrik ganz allgemein geworden. Amor, Joie und Joven. Und er vergleicht seine Art zu lieben mit der Liebe zu zwei Frauen. Und diese zwei Frauen wiederum vergleicht er mit zwei wunderschönen Pferden. Also das ist eigentlich schon ein ziemlich deftiges sexuelles Bild, was er da wählt, eben das Reiten, was hier als Bild für das Liebemachen gewählt wird. Und die eine Form der Liebe, die eine Frau, das ist eine, die aus den Bergen kommt. Das schnellste, wildeste, ungezähmteste Pferd ist scheu, ungebändig und ein Pferd, das sich gegen ihn wehrt, das er seinem Willen nicht unterwerfen kann. Das andere Pferd wieder, das ist ihm sehr bekannt, das wächst diesseits der Berge auf, in Aquitanien, ist wunderschön. Und das kennt er von klein auf. Und auf dieses Pferd wird er nie in seinem Leben verzichten, sagt er. Und diese beiden Pferde vergleicht er nun mit zwei Damen, die er liebt. Das Furchtbare für ihn ist, dass eines der beiden Pferde das andere nicht neben sich duldet. Also diese Art zu lieben, diese Arten zu lieben, schließen sich gegenseitig aus. Und wenn man nun dieses Gedicht ganz allgemein ansieht, als ein Abbild der Veränderung, wie es das Verstehen von Liebe um diese Zeit kennzeichnet, da sieht man, dass von jenseits der Berge aus Spanien eine Form der Liebe kommt, die fremdartig ist, die interessant ist, aber die die Frauen auch als ungebärdigte charakterisiert, als Frauen, die man sich nicht leicht unterjochen kann, die sich einem widersetzen. Und während die alte Form, das ist die, die keine Probleme macht und die nicht sehr anstrengend ist und die man einfach deswegen sehr, sehr schätzt. Und so scheint dieses Gedicht ein Abbild des Prozesses zu sein, des Überganges von der alten Form einer problemlosen Begegnung zwischen Mann und Frau zu einer doch Begegnung, die vom Mann dann auch sehr viel abverlangt, nämlich dann, wie die, seine Nachfolger in der Troubadou-Lyrik zeigen werden, einen Triebverzicht. Den zweiten französischen Autor, um den es dann beim nächsten Mal, den Sie zu Gehör bekommen werden, ist Geoffrey Ruedel. Gelebt hat er zwischen 1100 und 1147. Er war ein Prinz de Blay aus dem Departement Gironde. Und dieser Geoffrey Ruedel liebte die Prinzessin von Tripolis. Und das Verrückte ist, dass er sie nie kennengelernt hat. Er liebte eine La Dame Lointaine, die weit entfernte Dame. Also eine Fernliebe war es. Und diese Fernliebe hatte ihn gepackt zu Melisande, der Urenkelin des Touluser Grafen Raymond IV., der das Fürstentum Tripolis im ersten Kreuzzug im Heiligen Land gegründet hat. Und diese Dame verehrt Geoffrey Ruedel so stark, dass er schließlich sich entschließt, auf einen Kreuzzug zu gehen. Und dort soll er angeblich in ihren Armen gestorben sein. Sie habe ihn dann in der Niederlassung der Tempelritter bestatten lassen und selber sei sie als Witwe in ein Kloster eingetreten. So will es die Legende um diesen Troubadoum. Und das ist wieder mal ein schönes Beispiel dafür, wie das Leben der Troubadoure selbst märchenhaft, romanhaft geworden ist. Von ihm werde ich Ihnen ein Gedicht vorlesen, das heißt, »Wenn die Tage lang sind im Mai«. Und in diesem Gedicht wird nun diese neue höfische »Finnamour« beschrieben. Es ist eine Liebe, die jetzt im Mai stattfindet, wenn die Vögel singen und der Blütenzauber über die Welt sich ausstreut. Es ist also ein vollkommen neues Repertoire, was da in dieser Liebeslyrik zu Wort kommt. Und dort wird diese »In amour de loin« beschrieben, eine Fernliebe zur »La dame lointaine«. Liebe muss auf die körperliche Erfüllung verzichten, sie muss Triebverzicht leisten, ganz einfach deswegen, weil zwischen Liebendem und Geliebter eine räumliche Distanz besteht. Es besteht andererseits ein starkes Verlangen, ein starkes Begehren, was eben nur außerhalb der Ehe, die eben auf sexuelle Erfüllung aufbaut, möglich ist. Und die Quintessenz dieses Gedichts ist es, dass der Liebende es lernen muss, mit einem Wert erlangen muss, indem er Genuss erlebt, nur aufgrund schöner Worte, durch Dichtung, indem er ein vollkommenes Gespräch führt. Also das ist ein höchst sublimes und sublimierendes Verlangen, was in diesem Gedicht beschrieben wird. Der dritte Autor, Bernard de Ventardorm, gelebt um 1200 hat er im Limousin, war der Schützling des Grafen von Ventardorm, aber er nun einer, der aus ganz niederen Verhältnissen kam, nämlich der Sohn eines Bäckers. Von ihm gibt es ein sehr schönes Gedicht, Wenn ich die Lerche ihre Flügel vor Freude gegen den Strahl der Sonne bewegen sehe. Und in diesem Gedicht beschreibt er die Liebe ohne Gegenliebe, ohne Gunstbeweis. Eine unerfüllte Liebe, die nur Sehnsucht und ein begehrendes Herz zurücklässt. Die Dame steht weit über ihm auf einem Berg und er geht fort von ihr, da sie ihn nicht in ihrem Dienst haben will. Er geht ins Exil, Exil sagt sich los von der Freude und der Liebe und hat alle Sehnsucht auf Erfüllung aufgegeben. Geben ohne Gegengabe, unerwidert, ein Streben nach einem geliebten Partner ohne jemals Hoffnung auf Erwiderung. Das ist der neue Ton, der sich in dieser südfranzösischen Liebeslyrik offenbart. Und dann machen wir einen Sprung in die deutschsprachigen Gebete zum deutschen Minnesang, der auf Mittelhochdeutsch geschrieben wurde. Er beginnt circa 50 Jahre später und als einer der ältesten Minnesänger nennt man immer in dem Zusammenhang den von Kührenberg. Seine Heimat war Österreich. Seine Lieder sind so um 1160 entstanden und er war wohl aus ritterlichem Geschlecht. Diese Lieder sind noch kennzeichnet, wie auch einige Lieder eben Wilhelms von Akitaniens, sehr machohaft, sehr männlich überzeugt, noch nicht sehr höfisch, noch nicht sehr fein, wie dann die Lieder, die in etwas späterer, kurz darauf entstehen werden. Drei kleine Lieder von ihm will ich Ihnen vorstellen. Das eine handelt von Weibern und Beizvögeln. Ein Beizvogel ist ein für die Jagd abgerichteter Greifvogel, meistens ein Falke. Und der von Kührenberg beschreibt nun, dass man die Frauen wie diese Beizvögel abrichten muss. Man muss sie richtig ködern, damit sie zahm werden und den Mann suchen, eben zurückkehren vom Flug auf den Arm des Jägers. Und dann erfüllt in Hochstimmung, wenn er genau an dieses Erfolgserlebnis denkt. Das Liebeswärm wird verglichen mit der Jagd, also ziemlich machohaft noch, ganz ähnlich, wie es eben auch Wilhelm IX. von Akitaniens getan hat. Das zweite Gedicht, Wenn ich alleine dastehe in meinem Hemd, da schildert nun aus dem Mund einer jungen Frau eine, sie eben, ihre Liebe zu einem Ritter, sie errötet wie die Rose am Dorn, sie hat traurige Gedanken, die sie erfüllen. Auch hier gibt es eben mit der Rose am Dorn sublime sexuelle Anspielungen, aber auch hier ist die Frau eigentlich eben einem machohaften Mann ausgeliefert. Das ist so die Grundsituation. Und auch im nächsten Gedicht wird eine Frau sprechen, aber auch ein Mann. Das heißt, ich stand nächtens spät. Eine Frau hört einen Ritter singen, so wie es der Kührenberger tut, und begehrt ihn heftig. Der Ritter aber sagt, nee, ich kann nur fliehen, schnell weg. Genau. Und in allen Gedichten wird eine Frau eigentlich in einer doch sehr untergeordneten Rolle dargestellt. Der Mann ist der eigentlich Aktive, ist der Führende, der sich auch seiner Identität, seiner übergeordneten Identität bewusst ist. Sehr von oben herab wird da die Liebe von ihm aus geschildert und das Liebeswerben als Jagd verstanden. Dann kommen wir zur Hohenminne. Und da ist unbedingt Albrecht von Johannsdorf zu nennen. Und nun sind wir im deutschsprachigen Raum, wo vor allem eben auch Ministerialen, also Dienstmannen geschrieben haben, das heißt ursprünglich Unfreie, die ihr Leben lang im Dienst eines Herrn stehen müssen, treu zu ihm stehen müssen, ohne eigentlich mit einem, sehr lange, ohne mit einem Gegengabe, einem Lehen belehnt zu werden. Albrecht von Johannsdorf stand wohl im Dienst der Bischöfe von Passau und nahm am Kreuzzug von 1189 teil. Von ihm gibt es ein Gedicht, das heißt Ich fand sie ohne Begleitung. Und in diesem Gedicht kommt es auch zu einem Zwiegespräch zwischen einer adeligen Dame, einer Frauwe, einer Herrin, auch Königin genannt, und einem Ritter, einem diensteifrigen Ritter, der voll Sehnsucht ihr gegenüber sich zeigt. Er schlägt süße Töne an, er ist ihr treu ergeben, aber ihre Ehre verbietet es ihr, seinem Werben nachzugeben. Seine Liebe kann und darf nicht erwidert werden und auf seine Frage, ob ihm denn sein Dienst nichts nützen werde, nichts einbringen werde, lautet ihre Antwort, doch ohne Lohn werde er nicht bleiben, ahne Lohn werde er nicht bleiben, denn der Lohn besteht gerade darin, dass er dadurch, dass er Triebverzicht leisten kann, er wertvoller wäre, ehrenvoller wäre und Hochgemut, also von hoher Gesinnung. Gerade in der Unerfülltheit der Liebe zeigt sich der eigentliche Wert des Mannes, aber auch der der Frau und das ist ihre Gegengabe für die Treue, die er ihr entgegenbringt. Dann der berühmte Autor Walter von der Vogelweide. Er gilt als die Krönung des Minnesangs und bei ihm wird deutlich, dass er dieses neue höfische Liebesideal, diese feine Triebverzicht leistende Liebe so verinnerlicht hat, dass er nun auch sich Damen gegenüber zuwenden kann, die nicht aus höheren Ständen stammen, die durchaus erreichbar sind, mit denen er durchaus auch eine körperliche Erfülltheit erleben kann und dennoch sich ihnen gegenüber absolut ritterlich und kontrolliert verhalten kann. Von Walter von der Vogelweide wissen wir relativ wenig, gelebt hat er so um 1170 bis circa 1230. Man weiß, dass er am 12. November 1203 einen Geld geschenkt bekommen hat für einen Pelzrock und zwar vom Bischof von Passau. Er war wohl Ministeriale. Schon zu seiner Zeit wird Walter von der Vogelweide als großer Lyriker gefeiert, der eben auch Kreuzzugs Lyrik, politische Lyrik geschrieben hat. Aber seine Liebeslyrik ist nun wirklich ganz besonders schön, sehr innig, sehr gefühlvoll schon eigentlich und sehr da wird eine Liebe geschildert, die uns doch zumindest uns romantisch eingestellten Menschen des 21. Jahrhunderts anspricht. Zwei Gedichte stelle ich Ihnen vor unter der Linde ganz berühmt und Herzliebes Fräulein und in diesen Gedichten erzählt er eben, wie er sich Frauen gegenüber verhält, die nicht aus dem höheren Stande sind, die er trotzdem ritterlich behandelt, auch wenn er mit ihnen schläft, eben unter der Linde zum Beispiel. Er behandelt sie ehrerbietig und wie eine über ihm stehende Herrin erachtet ihre Scham, er vergewaltigt sie nicht. und immer wieder betonte, dass es bei ihm für ihn nicht auf Reichtum und Schönheit ankomme, sondern auf die inneren Werte, auf ihre Treue und Beständigkeit. Bei ihm sieht man, wie sich dieses ritterlich-höfische Liebesideal inzwischen so verinnerlicht hat, dass man quasi die formalen Regeln überschreiten kann, ohne doch gedanklich das Ideal zu verletzen. Europa hat innerhalb von einem Jahrhundert gelernt, die männliche Welt hat gelernt, sich gegenüber den Damen des Hofes affekt kontrolliert zu verhalten. Ein neues Liebesmodell ist entstanden, dass das alte Verhältnis von Mann und Frau war es doch sehr viel einfacher auch auf Vollzug des sexuellen Begehrens ausgerichtet war, verändert hat. Nun wird die Kontrolle der Affekte verlangt, um Ehre zu bekommen. Nur wer sich selbst beherrschen kann, kontrolliert handelt, gehört eben diesem höheren Stand an. Und davon abgesetzt wird nun eine Form der Liebe, die als zügellos dörperlich gilt und die nun durch den Gegensatz zur höfischen Liebe auf einmal sehr derb, sehr sexualistisch herüberkommt. Es wird nun in der Folge eine ganze Reihe von Gedichten geschrieben, die diese unhöfische, unritterliche Art thematisieren und einer der bekanntesten Autoren in dem Zusammenhang ist Neidhard von Reuntal, der in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts gelebt hat. Von ihm sind 132 Lieder überliefert, 55 davon auch mit Melodie. Er stammte wohl aus Bayern und war ein sehr, sehr bekannter Lyriker, Songwriter zu seiner Zeit. Er war, wie es heute heißt, ein Superstar des Mittelalters. Friedrich II. von Österreich, der ab 1230 regiert hat, schenkte ihm ein kleines Haus unweit von Wien, sodass man ihn eben in diesem österreichischen Raum um Wien herum verortet. Sein Thema ist die derbe Lebensart der Bauern, die er nun sehr humoristisch schildert. Er schildert auch, wie Ritter werben um eine Frau, auch um eine bäuerliche Frau und den erotischen Avancen dieser Frau erliegen. In der Folge wurden Lieder in seinem Stil gedichtet und man nannte sie die Neidhard Lieder. Also sein Name ist zum Gattungsbegriff für diese Lieder geworden. Seine Lieder sind so berühmt geworden, dass im Spätmittelalter in Schwenken und Spielen thematisch verarbeitet wurden. Ich lese Ihnen ein Gedicht vor, in dem es unter anderem auch um den Gimpel Gampel geht. Und in diesem Gedicht wird der Ritter Reuental, also er selbst ausgestochen von einem anderen Ritter, der eine Herrin, eine Frowe, hinter der der Reuentaler Herr ist, im Wald zu Fall bringt und das auf eine sehr derbe und drastische Art und Weise. Also diese Autoren werden Sie das nächste Mal im O-Ton hören und ich hoffe, macht Ihnen Spaß und Freude.